Felix Wagner, Verena Clary, Nikolaus Fels, Umzug in die Zukunft Die GoMotion Projektion Umzug in die Zukunft ist ein Gastbeitrag vom Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS am KIT. Die in Zusammenarbeit mit Karlsruher Künstlerinnen und Künstlern erstellt wurde. Der Gastbeitrag zeigt eine neue Interpretation der Vision des Stadtgründers Karl Gellert. Gibt man nicht als Realisierung des Willens als absolutistischen Malkrafen, sondern als gemeinsam zu schaffende Zukunftswelt. Machen Sie mit beim Umzug in die Zukunft und erkennen Sie die eigene Handlungsmacht in der Gestaltung unserer Stadt und der Welt. Gibt es? Gibt es? Gibt es? Gibt es? Musik 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 Auf die wir gewartet haben, wir sind die, auf die wir gewartet haben.